Das ist der drei Monate alte Arwen. Er ist der letzte der Geschwistergruppe, die wir euch vorstellen möchten. Auch er kommt aus dem staatlichen Tierheim im Norden Portugals und wurde dort von dem Besitzer der Mutter abgegeben. Auch er ist sozial verträglich, denn er lebt in einem gemischten Rudel und er geht auf alle Helfer, die den Kennel betreten, offen zu. Arwen liebt es, ein bisschen Aufmerksamkeit zu erhaschen und sucht deshalb den Kontakt zu den Helfern, um auch mal gestreichelt zu werden. Er verhält sich, wie ein Welpe sich verhalten soll, ist freundlich, offen und neugierig auf alles. Für Arwen wünschen wir uns eine aktive Familie, die Unternehmungen mit ihm macht und ihm das Welpen 1x1 beibringen möchte. Wenn du dich in den süßen Fratz verliebt hast, dann melde dich gerne. Den Link zu Arwen findest du in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020